Heute, nach dem verregneten Tag, bereiten wir das Abendessen für morgen vor. Die meisten denken jetzt, hä? Jetzt muss doch was geben, es gibt jetzt auch was natürlich. Machen wir heute Abend schon wieder Grilli Vanilli. Aber Jakob macht uns ein original kaukasisches Schaschlik. Wir sehen können, was definitiv die richtige Entscheidung ist, jetzt in dem fallenden Wasser sofort wieder auf Uphosen umzustellen und in den Hauptfluss zu gehen. Wir haben einen richtig guten Fisch im Drill. Schauen wir mal, was da jetzt hochkommt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir sind am großen Fluss unterwegs, auf der Suche nach geeigneten Angelplätzen. Die Angelbedingungen sind gerade nicht einfach. Ein kürzliches Hochwasser hat die Waller satt werden lassen. Jetzt ist der Flusspegel am sinken, aber noch immer stehen zahlreiche Bäume und Büsche unter der Wasseroberfläche. In solch einer Situation ist es sehr wichtig, sofort umzudenken, die Überschwemmungsgebiete zu verlassen und im Hauptfluss mit Grundmontagen die beißfaulen Waller zu reizen. Die Wälse sind in solch einer Phase meist sehr inaktiv und liegen ufernah im Schutz der Hindernisse am Gewässergrund. Ich setze jetzt bei der grundnahen Präsentation meiner Köder auf zwei unterschiedliche U-Posentypen. Auf der einen Seite die direkt vor dem Köder sich sehr unauffällig und sehr leise verhaltende EVA-U-Pose. Und an den anderen Montagen einen wahren Radau-Macher, unsere C3-U-Pose, die für eine enorme Wasserverwirbelung direkt vor dem Köder sorgt. Durch den Einsatz dieser beiden doch sehr unterschiedlichen U-Posen-Modelle kann ich perfekt testen, ob die vollgefressenen Wälse eher auf eine sehr unauffällige oder stark wasserverwirbelnde Köderpräsentation stehen. Ich lasse nun in der harten Strömung am gestreckten Vorfach meine Köder raus und versuche die Steinmontage genau hinter Hindernissen am Gewässergrund zu präsentieren. Hier auf meinem Echolot-Bildschirm könnt ihr sehr gut einen großen toten Baum an der aufsteigenden Uferkante erkennen. Und genau hinter solchen Hotspots werde ich meine U-Posen-Montagen ablegen. Wichtig hierbei ist es, nicht zu schwere Steine zu benutzen, um die Montage auch exakt direkt in der aufsteigenden Kante unter Beobachtung des Echolotes ablegen zu können. Um den Ablageort für meine Montage auch optimal treffen zu können, halte ich meine Steinmontage knapp über Grund an der Hauptschnur fest und fahre langsam bis zum gewünschten Angelplatz. Hier in der aufsteigenden Uferkante, direkt vor den Hindernissen, setze ich nun meine U-Posen-Montage ab. Nach dem Ablegen der U-Posen-Montage versuche ich meine Hauptschnur aus dem Wasser herauszubekommen, um unnötigen Schnurdruck auf meine Steinmontage zu vermeiden. Mit der einsetzenden Dunkelheit bekommen wir den ersten Biss. 1 2 2 3 3 Die Triu-Pose bringt uns wirklich richtig gute Fische, jetzt in dieser fallenden Phase am großen Fluss. Heute nach dem verregneten Tag bereiten wir das Abendessen für morgen vor. Die meisten denken jetzt, jetzt muss es doch was geben. Es gibt jetzt auch was natürlich, machen wir heute Abend schon wieder Grilli Vanilli, aber Jakob macht uns ein original kaukasisches Schaschlik. Und da will ich euch mal mitnehmen, um euch einfach zu zeigen, wie ihr sowas auch am Wasser vorbereiten könnt. Einen Tag vorher muss es, glaube ich, vorbereitet werden. Mehr dazu wird uns jetzt der Küchenmeister selbst erzählen, aber ich zeige euch mal, was die Jungs hier machen. Wir haben Zwiebeln geschnitten und sowas. Ich habe den Jungs erzählt, wir grillen jeden Abend, ich habe denen erzählt, dass es bei uns traditionell immer zum Grillen Schaschlik gibt. Und jetzt haben sie sich das gewünscht, jetzt haben wir Fleisch geholt und bereiten das jetzt vor. Also für den Schaschlik braucht ihr Schweinenacken am besten und die Rezeptur, ich habe verschiedene Rezepturen ausprobiert, aber die ist schon seit Jahren bei uns jetzt eigentlich, machen wir immer so wie jetzt. Also auf oft zwei Kilo Schweinenacken, sieben bis 800 Gramm Zwiebeln, frische Petersilien, Salz, Pfeffer, drei Loberblätter und ein Glas Mayonnaise. Das Fleisch schneide ich in so circa drei bis dreieinhalb Zentimeter große Würfel. Da werden Zwiebeln in Scheiben geschnitten. Salz, Pfeffer drauf. Das ist ja echt mal, ich sehe aus wie ein Schlumpf, seht ihr das hier, wie die Mütze hinten hängt. Das ist ja echt mal grandios, wenn ich mal nicht selber kochen muss. Ich koche sehr gerne für meine Gäste, es macht mega Spaß, aber heute bin ich wirklich gespannt, was es mit dem Schaschlik auf sich hat. Wir haben jetzt erst mal das Fleisch, oder besser gesagt, Jakob hat das Fleisch zerteilt. Wir haben zwei Kilo Nackensteaks, Manuel zerschneidet gerade die Zwiebeln da hinten und dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich könnte es jetzt schon so komplett roh runterschlucken, aber nein, Jakob sagt, einen Tag braucht es Zeit, wir müssen es vorbereiten. Die haben ganz spezielle Zutaten dabei, die werden wir euch gleich noch vorstellen, wie es genau gemacht wird und dann bin ich echt mal gespannt. Ich freue mich jetzt schon auf den Morgenabend. Wir haben jetzt circa zehn Zwiebeln geschnitten. Jakob wälzt hier gerade das Kräutersalz. Da gibt es eine kleine Story dazu, das hat mir der Torsten Spielmann geschenkt, das ist bei mir aus der Ecke. Seine Frau, die Micha Hertel aus Biblis, die macht so ganz feines, selbst zusammengemischtes Kräutersalz. Mega lecker, ich freue mich immer, wenn ich sowas von unseren Tourgästen geschenkt bekomme. Aber ich glaube, heute geht das Salz im wahrsten Sinne des Wortes uns aus. Jetzt schauen wir mal, was der Jakob damit macht. Ich hohe das ganze Fleisch jetzt auf die Zwiebeln. Auf zwei Kilo nehmen wir so einen guten Esslöffel Salz. Drei Lohbeerblätter. Pfeffer. Während Jakob hier das original kaukasische Schaschlik vorbereitet, klingeln im Hintergrund die Wallaglocken. Das ist doch geil, oder? Ich glaube, da knallt es gleich. Und wir sollten recht behalten. Während der Essenszubereitung kam der nächste Biss. Musik 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 Für das leckere Schaschlik gab es auch einen leckeren Waller. Noch nicht der größte, aber der Tannenbaum zur Tree-U-Pose hat wieder Wirkung gezeigt. Und jetzt geht es zurück, denn wir verschwinden langsam schon hier richtig jetzt im Nebel. Die Mögen ist ja hier ein bisschen scharf, machen ein paar Chilischoten drauf. Das wird knallen. Petersilie, ja gut, normalerweise nimmt man das frisch, aber in jedem Teil haben wir nur das gekriegt. Fini findet es schon mal mega lecker. Also, jetzt noch mal zur Wiederholung. Wir haben zehn große Zwiebeln zerschnitten in Scheiben, die kamen ganz unten in den Topf. Dann zwei Kilo Schweinenacken in so schöne Würfel, die kamen oben drauf. Dann wurde das Ganze ordentlich gesalzt, gepfeffert und wir machen jetzt hier noch ein paar Chiliflocken dazu. Und dann kamen Glorbaubblätter, drei Stück. Petersilie aus dem Supermarkt, aber Jakob sagt, das geht auch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die Schüssel ist nicht die größte, aber können wir schauen. Jakob beschwert sich über die Schüssel, die ich im Camp gestohlen habe oder mir geliehen habe. Im Normalfall nehmen ja echte Welsangler ihren Köderfischeimer für sowas, oder? Also ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Auf jeden Fall braucht ihr ein großes Gefäß, um das Ganze richtig schön durchzumengen. Ein Glas Mayonnaise dazu und dann 24 Stunden marinieren lassen, circa 24 Stunden. Was machen Leute, die es gerne im Sommer machen würden? Die müssen dann auf jeden Fall einen Kühlschrank haben, weil dann kippt es um in der Mayonnaise. Ja, das muss man jetzt sagen. Also 24 Stunden im Kühlschrank. Also wir haben jetzt November, wir können es hier draußen gut kühlen. Aber wenn ihr es im Sommer machen wollt, mit der Mayonnaise ein bisschen aufpassen, dann auf jeden Fall nach dem Durchmengen jetzt, was Jakob auch gleich machen wird, im Kühlschrank durchziehen lassen. Für was ist die Mayonnaise da? Das ist eine Marinade. Eigentlich die Zwiebeln, die Säure von der Zwiebeln mariniert das. Aber das ist einfach für den Geschmack. Es gibt zig Rezepte, aber ich bin bei diesem hängen geblieben, irgendwie allen schmeckt es. Könnt ihr ruhig Hähnchenfleisch nehmen, das ist genauso gut. Jetzt müsst ihr das Fleisch schön massieren, dann schmeckt es noch besser. Alter, ich habe Hunger und der massiert das Fleisch für morgen Abend. Aber da seht ihr doch den Wahnsinn hier, den wir erleben. Wir fangen geile Fische. Wir lernen Speisen aus ganz, ganz fernen Ländern kennen, durch die unterschiedlichen Gäste, die wir haben. Es macht echt Spaß und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das morgen schmecken oder uns munden wird. Also es sieht auf jeden Fall mega, mega lecker aus. Ich habe selber sowas noch nie live gesehen und da bin ich auf jeden Fall immer gern dabei. Ihr seid jetzt auch dabei und könnt sowas problemlos nachkochen. Ihr seht in dem Film jetzt, wie wir mit den richtigen Montagen etwas Glückwälze fangen. Aber ihr seht auch immer wieder mal, was wir uns für leckere Sachen hier im Wasser kochen. Ravioli-Dose warm machen kann jeder. Aber sowas hier ist schon, ich bin wirklich beeindruckt. Wir stellen das jetzt, wir ziehen eine Folie drüber, eine Alufolie oder eine Frischhaltefolie. Dann stellen wir es erstmal kalt. Dann lassen wir es 24 Stunden marinieren. Und morgen Abend gibt es dann original kaukasisches Schaschlik. Da bin ich gespannt. Haus- und Familienrezept von Jakob. Während das Schaschlik über Nacht seinen vollen Geschmack entfaltete, bekamen wir in den Morgenstunden einen wahren Giganten ans Band. Wie ihr sehen könnt, war es definitiv die richtige Entscheidung, jetzt in dem fallenden Wasser sofort wieder auf U-Posen umzustellen und in den Hauptfluss zu gehen. Wir haben einen richtig guten Fisch im Drill. Schauen wir mal, was da jetzt hochkommt. Der sieht ziemlich groß aus. Einfach schön halten. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Genau. Gutes Ding. Es sind überall Fische aus. Ja. Es sind überall hier Fische ausgeplatzt. im driller der gigant jetzt einen haufen kadaver ausgekotzt also da kommt wieder was richtig richtig starkes auf uns zu unser fisch ist es ich habe Ja! Jakob! Ach du Scheiße! Danke. Wahnsinns Ding. Alter, da war es einfach Wahnsinn. Der Plan jetzt direkt vom Hochwasserangeln, vom Freestyleangeln, wieder auf die U-Pose zu switchen, hat sich perfekt gelohnt. Mega-Drill, ihr wart eben auf dem Boot dabei, da hat es noch einen Ström geregnet. 2,47, wieder die 100 Kilomarke gebrochen, gewogen, absolute Röhre, absolute Röhre. In der Packungskante abgelegt und dann folgte ein Drill auf Biegen und Brechen. Und diesmal war es unsere EVA-U-Pose. Und da seht ihr wieder, dass es immer zu bestimmten Zeiten auch bestimmte Faktoren gibt, die die Fängigkeit einer U-Pose ausmachen. Herzlichen Glückwunsch Jakob! Danke, danke. Mega geiler Fisch, mega Erlebnisse und das ist wahrscheinlich hier der Höhepunkt dieser Phase hier am großen Fluss Italiens. Musik 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 Im Hintergrund Glocken, die Wallaglocken und Jakob hat jetzt seinen Spezial Schaschligrill aufgebaut, den hat er von daheim mitgebracht. Die Glut braucht noch ein bisschen, jetzt machen wir das gleich fertig. Hier seht ihr jetzt das eingelegte Schweinefall von gestern, jetzt kommen die Waffen hinzu. Richtig tolle Spieße hat der Jakob dabei, jetzt bin ich mal gespannt wie es weiter geht. Vier Stück von den eingelegten Schweine, Nacken, Hals, Medaillon schiebt Jakob jetzt auf so einen Spieß und ich muss euch sagen, also allein hier, was wir gestern hier eingelegt haben, das riecht mega mega lecker mit dem Zwiebelbett. Also das wird, glaube ich, richtig großes Kino heute Abend. Wer soll das eigentlich alles essen? Aber ich bin noch ein paar Tage hier, ich mach mich noch mal warm. Das ist doch nach diesem Tag, nach diesem Fang, der absolute Wahnsinn, oder? Jakob hat jetzt die Spieße alle vorbereitet. Hier im Hintergrund seht ihr sie auf seinem Handmade Schaschligrill. Das ist geil und genau das sind auch die Momente, die ich beim Wallangeln so genieße. Ein dicker Fisch ist immer mega, aber so die Zeit hier draußen mit den unterschiedlichen Menschen zu verbringen, die man immer wieder hier am Wasser kennenlernt und die dann solche Köstlichkeiten plötzlich mitbringen. Das macht doch diese Faszination Weltsangeln und überhaupt das Leben oder das Angeln nachts am Wasser aus. Dass man zusammen kocht, wieder so ein bisschen seine Ideen mit reinbringen. Das Ganze im Hintergrund hört die Wallangeln klingeln, die Köderfische sind nervös. Also das ist schon ganz, ganz großes Kino. Die Bratkartoffeln dauern noch einen Moment, habe ich zu spät mit angefangen. Jakob haut jetzt das Schaschlig, die ersten Stücke, die schon fertig sind, in den Topf. Halten wir sie schön warm und dann kommt die nächste Portion. Wir sehen uns auf jeden Fall später wieder, wenn es wieder knallt. Und jetzt konzentrieren wir uns mal hier auf das originale kaukasisch-russische Schaschlig und lassen es uns schmecken. Bis später.